Willkommen bei IBAS. Mein Name ist Andreas Schulz. Ich bin ausgebildeter Elektromonteur und Meister für Organisation. Mein Unternehmen bietet Industrieberatung, Organisation von Rückbau und Umrüstung an. Die Optimierung von Kühl- und Wärmeübertragungsanlagen, Niveauregulierung von Tankanlagen und Sonderapparatebau nach Absprache sind meine Angebote. Nach Ihren Wünschen und Vorstellungen installiere ich Ihnen Anlagen ordnungsgemäß und zuverlässig. Kontaktieren Sie mich telefonisch, per E-Mail oder über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Ich freue mich auf Sie!